In Aberdeen wird der nächste Einsatz. Ich würde sagen, wir fahren erstmal hier hin. Mit einem geklauten LKW Okay, warte. Wenn schon hier gleich eine Garage ist, nehme ich lieber ein Polizeiauto. Kommt ein bisschen besser rüber. Und ist um einiges schneller. Ich finde es fast schade, wenn wir nachher das ganze Spiel durchgespielt haben. Es hat schon was ganz eigenes hat. Hey, ich sah, jemand hat etwas in das Auto. Danke, ich nehme es von hier. Hä, werden sie die Autobombe los? Jetzt kann ich einsteigen. Genial, cool, danke. Ja, wohin denn? Irgendwie irgendwo ins Wasser. Hätte ich jetzt gesagt. 30 Sekunden, schaffe ich das? Nein, sowieso nicht. Junge, 16 Sekunden. Gut, das hätten wir. Und wo ist die nächste Treppe? Hoffentlich da drüben. Ja, sieht gut aus. Kannst mich doch nicht ohne irgendwelche Anhaltspunkte zum Wasser schicken. Das war knapp 10 Sekunden oder so war noch auf der Uhr. Noch ein anderes verdächtiges Fahrzeug. Hey, es ist weg. Ich brauche ein Auto. Sorry, ich habe keine Zeit. Ja, gut. Nur weil ich da ein bisschen abgelegen bin. Ich kann doch trotzdem ein Auto hinbringen. Das mit dem Regenschirm finde ich immer noch ziemlich cool. Bringt so ein bisschen Immersion mit ins Spiel. Come on. Da vorne ist die Strasse. Kannst du jetzt ein Auto bringen? Hey, jetzt geht's. Ich brauche ein Auto. Ein Auto? Ja, klar. Jetzt geht's. Ich werde da direkt weg. Wow. Danke, Sue. Kannst du dich verpissen. grimpe. Ja. Behö– Nein. Nein. Jetzt geht's – ich werde hier. Du bist. Du bist. будет. Möge! 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 Töter! Möge! 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 1 Minute 16 Shit Sorry, ich hoffe du lebst noch Okay, auf der rechten Seite ist das Wasser Das sieht doch gut aus Bombenalarm Schon heftige Explosionen Hongkong-Police Oh, schöne Limo Dann Okay, da würde ich lieber fast Ein Taxi nehmen Danke Streifenwagen bitte Kurze Abkürzung Ach ja, der Fishmark Daran kann ich mich auch noch gut erinnern Hatten wir doch einen Kampf mit Doggeist, glaube ich Hey, that guy's a cop Get him, get him Get the ballmaker out of here We can't let the apocalypse get away from us Komm, hier gibt's ein schönes Aquarium für dich Okay Okay Nee, hier geht's nicht lang Da drin wartet schon Gesellschaft auf uns Komm, hier geht's nicht lang Komm, hier geht's nicht lang Komm, hier geht's nicht lang Das sind immer schöne Finisher Wir haben doch keine Zeit, um Schlösser zu knacken Bring's noch mehr Gesellschaft Komm, spiess dich auf Du auch Für etwas gibt's ja hier, diese Fische Und du Wichtig Für dich gibt's einen Haken Wer bist du? Hm, ist klar Das ist ja gar nicht brutal Natürlich Ich wechsle gleich wieder auf die Tastatur Und Maus Dass es einfach besser geht What the fuck Is he doing Komm schon, treff den Reifen Pass doch auf, Junge Ist gerade ziemlich viel Verkehr Und jetzt So. Ist das die Unterseite vom HK-PD? Oh. Ein Upgrade. Whooping, irgendwas. Zwischenfall. Im Jahr 91 haben mehrere Kultmitglieder die Predigt des Meisters missverstanden und gelangten deshalb zu der Überzeugung, die Apokalypse stehe vor der Tür. Um ihre eigene Himmelfahrt nicht zu gefährden, wollten diese Gottesjünger die Fähre nach Kowloon im Kanal versenken. Der Plan scheiterte jedoch, als die Bombe zu früh detonierte und die Kultisten tötete, bevor diese das Ende der Welt besiegeln konnten. Ich frage mich, ob das echte Geschichten sind. Muss ich nachher mal googeln, wäre doch interessant zu wissen. Officer, könntest du mir eine Hand geben? Ich muss einen Rettung machen. Und diese Leute sind ein bisschen schrecklich. Ich habe gehört, dass du gut in einer Kampf war. Wenn es zu das kommt. Tsch. Und mein Taser ist auch gut. Komm schon! Wieso haben die eigentlich auch einen Schlagstuck? Oh, shit! Schlag einfach den eigenen Kollegen zu Tode! Ich hoffe, du lebst noch. Danke für die Hilfe, Officer. Ich nehme sie von hier. Keine Probleme. Sorry. Dafür? Aber dir geht es gut. Finde ich gut. Hey, warte. Ich brauche ein Auto. Ein Auto? Ein Auto! Ich werde mich da, sofort. Ich bin da. Ich finde es aber schade, dass immer das gleiche Fahrzeug kommt. Weil eigentlich möchte ich nicht unbedingt ein Polizei-Motorrad immer haben. Aber okay. Ich kann zwar schon damit leben, aber... Holy shit! Das waren ein paar zivile Opfer. In den Salon. Sorry, ich muss das Motorrad ein bisschen umparken. So, besser. Kann ich dir helfen? Das Glücksgeld finden? Wer hat das denn jetzt schon wieder geklaut? Lass mich raten. Kultisten vielleicht? Sehr grosse Wahrscheinlichkeit. Habe ich jetzt kein... Dachte ich hätte denn... Schlagstock immer. Aber offensichtlich ja nicht. Ich glaube, der ist gerostet. Ich kann einfach gedrückt halten. Ich komme gleich. Ich habe da noch eine Beutetasche gefunden. Vier von zwanzig. Na gut, wenn die wirklich auf der ganzen Map verteilt sind, kann das ein bisschen dauern. Na klar, sicherlich. Vierchen, kann man immer vertrauen? Dein Halt. Aber es ist ja nicht... Ich hoffe, es hat sich Careg Shouten gemacht. Anhalt. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020